Wie schaut's Feuer aus? Die erste Station, der Altenbinder-Profi 2019, die wurde ja im Dezember bereits im Part 2 ausgetragen. Schnappe, führende Interzwischenwärter, das ist die Mannschaft, das liegt mit 358 Sekunden. Und die zweite Position, das ist die Mannschaft, das Positionieren, mit 355 Sekunden. Die sind aber jedes Mal nur wieder eine ganz gerne Mannschaft, da werden wir uns aufzuhören, die Gesamtwärter an die Auge. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 «Innen!» 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 «« «In!» «In!»» «In!» 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 «-» «In!» «-» «-» Auf geht's, hop, hop, hop! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Hop, 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 hop! Das ist die Staten der Siedler. Die Staten der Siedler sind sehr, 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 sehr startenbasiert. Das ist die Mannschaft. Das entspricht 640 Metern. Das geht jetzt nicht nach viel. Wir haben es aber schon mal probiert, einmal. Der weiß, dass Achtungen sehr schmerzvoll sind. Viert ist? Bruno! Bruno! 340er Lukas Virostka. Der fast das Stavakai. Der hat in Wattensburg alle reingegangen. Die neue Zeit auf der Hauptstrecke. Martin Mohumsker auf 2. Auf 3, der Startnummer 72. Das ist der Christian Monco. Und der gestürzte Läufer von Burjana, der hat sich jetzt wieder hier auf Position 2 vorgelegt. Sensationelle Leistung, statt normalerweise sieht der André Norasche ganz erleichtungsfüßiger Läufer. Der hat sensationelle Läufer von Einstein gesagt. Trotz Sturz hat sich schon 2 vorgeknifft. Und der Läufer von Burjana wird nicht mehr erwähnt. Aber Punkte macht den Weg. Das ist der Führer. Das ist der Zeitplatzierende. 5 Läufer sind hier noch die 9er. Und die letzte Runde für Burjana ist der Vollschützer. Ja, schade, dass der Läufer von Schenke gestürzt ist, weil es anders durchgeworden wird. 20 Punkte, 2 Punkte, 2 Punkte, Tschechien. Ich könnte sich auf der Langstrecke eher zu verfolgen, als es an der Kursstrecke geht. Hopp, 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 hopp. Die erkehrte Langstrecke verfolgt in dieser liberale Führung. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm! Komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Ja, das ist die Zeit des Schlusses. Das sind die 5.000 Meter, die da ist ein. Ja, das Meldachstand. Andreas Runde. So seit 15 Meter ungefähr vor dem Feld. Und dahinter, Pierre Kreusinger, der hört sich damit schon daran, dass er praktisch so weit fahren kann und kein Tempo macht. Und nicht den Eigerer für einen einzigen Mal versucht. Jetzt ist das eine Malmöche. Jetzt ist das eine Malmöche. Jetzt ist das eine Malmöche. Komm, komm, komm! Auf geht's! Die Verfolger genommen jetzt. Und jetzt werden die Taten neu gewischt. Aktierfühlläufer in Grün, in Dresdorf im Klamotastik, Staten, 116. Das ist gut bedarf von einigen Leuten. Und der ist schade. Michi! 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 Ich bin Müller und Hans Solera. Und Tom Rang Freyer. Da ist das Eingeborden angegelt. Während wir hier bei den aktiven Landen sind. Mit steirischer Verteiligung, Handstrecke 20 Runden, Junior City of Women, Long Distance Final, 20 laps. Das sind die Damen, Maria Scheinbräder, nicht mehr von der Hand, deshalb die Bürste, der Fischstück gut gegangen. Jetzt führt hier Diana Bonnicka aus Tschechien von der Farnas Kozika Vazwi, Karolin Kreispaulovski, Karolina Domanikova aus Kozika Vier. Verena Freysmann und die Möncherspitzengruppe, Applaus für die Ungesteuerung. Eigentlich noch die Diori. Eine Läuferin schreibt um 78, die kann sich ja nicht in der Spitzelgurke halten, das ist die Möncherspitzengruppe. Die 8.14 Runden noch zu rauf. Sehr, sehr betrifft, das Reinhardt ist vorbei. Ich meine, meine Möncherspitze, Vorkommnisse. Bis letztens hat niemand dafür angesetzt. Die Jana Bonnicka, die jetzt führt, die eine ausgewiesene Handstreikerspezialistin ist, die wäre gut geraten. Jetzt können wir rein, um das Denko hochzuhalten. Und hinter ihr lautstatt die Farnas Kozika Vazwi, das ist sicherlich die stärkste Sprecher in der Handfeld. Und das wird man sehen, dass wir uns von drei folgen und vor der Räste in der Entscheidung suchen. Wir schauen, was Denko mit der Spitzkunde. Und wir sollten jetzt, wir sind bereits bei der Hälfte des Reinhardts angelangt. Und die Farnas Kozika Vazwi, das ist der Karte des Reinhardts. Und die Farnas Kozika Vazwi, das ist der Karte des Reinhardts. Und das ist eine Tolle Leistung von der Verena Fräeser, dass sie mehr Seil zu der Pistanz, die Meisterspitze, die mitfährt, ganz tolle Leistung. Und vorne, die Jana Bonnicka, die wird's dann machen, wir hören was wir mit den Pölzlnacken. Fährt das einen von vorne und schau mal was aus. Ganz andere erste Tempoverstärkung. Wir haben aber uns vermerkt, dass die Mannschaft gleich wieder auf dem Spiel. Das ist das Tempoverstärkung. Ganz junge Läuferin, die Caro Greisbauer, noch einmal aus der Reihe. Da darf man gespannt sein, ob die Unterführer in den Weg sein wird. Hallo, Caro. Das ist nämlich so nicht bekannt, aber ganz toll. Die Situation erkannt. Und sofort raus werden wir so eine nächste Runde für Caro Greisbauer. Jörg Stolz. Wir nehmen alles zurück. Sieg für die A1, Klaus Rahl. Wir nehmen es vorweg. Sie hat das jetzt anbauen. Was ich möchte, dass die Spürze im Allfinal auf den Kurschner ein ... So, damit das Fulminat im B-Finale wieder ausgegeben wird. 20 Sekunden also. Und andere sind bereit. Hoppa! Dann werden wir gleich hier, die wir im Start und drüben bleiben. Die viele beiden sind gleich einmal ganz vorne. Lukas Benedik aus der Storkei. Führt von Mihaly Winscher aus Slowenien. Lukas Schweiger, Steiermark, Applaus auf 3. Christian Kronoser, Schellos Niedersberg auf 4. Johannes Prochumski auf 5, Jakobol oder auf 6. Er ist Applaus auf 7. Ich hoffe, dass ich mich verschaut habe, ob der Christian Kronoser nicht wirklich Lukas Schweiger gehalten hat. Geh zu Marvin, komm! Sieht zu wie! Und hier gehen schon die ersten überrundeten raus. Auf geht's! Auf geht's, Marvin! Auf geht's, Marvin! Auf geht's, Jakob! Sieht! Schieb! Kommt, Jakob! Jaaa! 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 Was? Ach, die Frau Lonsparowski, Führung von Christiane Rommers all'her von Ulrich ist endlich. Wir haben eingestellt, wenn wir ihn noch entschuldigen, dass ich natürlich nicht viel eingestuft habe. Dann wird der Schweiger und jetzt Mauser auf den Eingang. Das ist 6 und 7. Wir haben näher uns jede Entscheidung und das Tempo wird noch einmal verschärft in der Spitzengruppe. Drei, vierer bis rein sind vorbei und noch fünf Runden. Da ist der Tempo jetzt in der Spitzengruppe und da wird es sicher zu weitermachen. Jakob Onorek und Thomas Polonski. Die Menschen sind hier richtig. Da ist Mauser, Lukas Schweiger aus dem Rennen. Das ist 6 und 7. Ganz hohes Tempo. Alles ist hier. Wir haben einen kurzen Zwischenapplaus. Wachbund, die Publikum. Danke. Letzte Runde für die Zähne. Und das ist eine sehr spannende. Wir haben uns zwei Punkte wählen. Punkt von Rennen. 12 Punkte, ich sage gerne. Hop, 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 Elisa. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Super, Elisa, komm komm komm, schnell in die Kurve. Hop, hop, hop. up 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 innen 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 up 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 innen up keep a backup Innen, komm, komm, komm! Super, Lisa, komm! Hopp, 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 hopp! Ah, na! Der Finale für die spittere Nation, auch hier sind die Urikaner am Start und die FC Freie kommen ins Genauerland. Komm, Valentina, hopp, 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 hopp! Hopp, 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 Valentina, hopp, hopp, hopp! Hopp, 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 schneller, komm! Hopp, hopp, hopp! Hopp, 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 hop ist die jüngste super naomi super Komm, komm, komm! Immer beim Hütchen! Hopp, 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 hopp! Schneller! 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 Schnell! Schau nach vorne! Schau nach vorne! Schau nach vorne! Schau nach vorne! Schnell, Naomi, schnell! Super! Hopp, 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 hopp! Schnell! Bleib beim Hütchen! Schnell, schneller, schneller, schneller! Schneller, schneller! Magdalena, komm! Schneller, hopp! Auf geht's! Tobi, Tobi, Tobi! Hopp, 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 hopp! Hopp, 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 hopp! Ja, ich gebe es dir aus Myra, das ist mir einfach zu viel. Glockenzeichen. Ja, ich bin seit kurzmit. Ja, ich bin gerade in der Frasche. Spannende Krasschen. Bisschen, die Menschen sind in der Br apologies. Das hier, der Stadt Nummer 97 für Westenreiland, ist die eine Stehner. Das ist ja ... Super! Ich bin gerade hier. Sie sind in der Grund Livingstone. Nicht viel. Hier in der Brügel der Halle. Na ja, das allererste Mal. Hopp, 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 hopp! Hopp, 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 hopp! Hopp, 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 hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp! 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 Hopp!